Morgen, Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ja, erstmal vorweg, ich hatte eben schon versucht aufzunehmen und da habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. Also, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte, weil ich das Spiel schon seit Uhrzeit nicht mehr gespielt habe. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen muss. Und, Alter, das war gerade ein Krampf. Ne, ich weiß ganz genau wieder, wie es weitergeht. Ja, kann ich nicht lesen. Aber jetzt sollte es gehen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt wieder einen noch höher getakteten Speicher für mehr Leistung. Also, so hoch, wie ich ihn tanken kann. Er bringt jetzt, wie gesagt, durchgehen 60 Frames. Steht auch oben, 60. Ich bin jetzt noch vor 60. Oh, die habe ich nämlich vorhin nicht mitgenommen. Jetzt weiß ich, dass sie da ist. Das ist jetzt nicht der Fehler, den ich gemacht habe. Stimmt, hier brauche ich... Ja, da kommst du nicht rein. Okay, ich habe den Timer vergessen zu starten. Jetzt habe ich ihn gestartet. Naja, über einigeres früher vielleicht. Also, 20 Minuten wollte ich eigentlich machen. Nicht ganz, weiß nicht. Mal gucken, wie es jetzt... Puh. Oh, man, ich dachte schon, das Spiel ist kaputt. Nee. Mal mein Fehler tatsächlich. Na, zum Glück, dass... Das ist nicht das Spiel. Ich habe auch übrigens die Gold-Edition vom Spiel... Ich habe ja noch gar nicht gesagt, naja, weil... Hier sind halt alle Inhalte, ne? So. Jetzt mal runter. Das sieht ja alles schön aus hier, Alter. Da, was? Ah, direkt dann war... Was? Zwei? Ich hatte schon mal... Ah, ja, geil! Ich mache mir zweimal Munition. Ein Heil-Item ist gerade nicht so wichtig, weil ich mache Munition. Oh, Gott, ich habe Munition. Weil die Kräuter kann ich auch so fressen. Äh, ich heile mich ja eh sehr selten. Vielleicht ist es noch nicht funktioniert. Oh. Was stimmt, soll ich ja... Nichts. Noch wenig. Gar nichts. Oh, Ethan. Moin. Oh, was ist das denn? Äh, sehr lecker. Aber man sieht zumindest mal was auf meinem Gesicht, ne? Lieber! Stop it, Evelyn! Fucking Hallucinations. Where is she? Ich fühle mich schon ein bisschen besser. Und zwar konnte ich hier die ganze Zeit anscheinend schon rein. Da muss ich nämlich... Ah, Karte. Oh, schön. Und kann den Schlüssel mit. Hier komme ich jetzt noch nicht ran mit dem... Oh, ja. Das ist geil. Und jetzt? Oh, Mann, ey. Das... Ach, stimmt. Moment mal eben. Ich nehme noch, weil ich genau weiß hier... Nee, ist das auf der anderen Seite oder was? Hier ist noch ein Schrank... Hier ist... Hä? Ach, hier. Das Krautwasser drin ist nämlich noch mit. Auf, Mann. Warte. Die springt doch immer... Also, ich wäre da jetzt nicht so, aber... Naja. Jetzt kann ich das nicht aufmachen. Halt das Ding nach? Nee, habe ich nicht mehr. Das hätte ich doch noch benutzen können eigentlich. Hallo. What the fuck? Äh... Ich habe gerade schon gedacht. Was war das denn gerade? Aha, okay. Ich stecke dir in der Wand. Hochklettern. Was war das gerade? Oh, ein Messer. Ich kann endlich Kisten aufmachen. Was war das gerade? Oh, was war das gerade? Egal. Also, das war gerade nicht so schön. Oh. Nicht der. Nee, ich... Der spawnt jetzt ja weg. Ich fahre meine... Ah, hier, den Raum können wir ja. Was ist hier? Erzmittel. Irgendwie ist oben. Oh. Oh, zwölf Pistole Munition. Äh, stimmt. Das hatten wir ja schon mal gehabt, glaube ich. Habe ich irgendwas Besonderes? Nein. Ich sortiere das mal ein bisschen. Sieht ja schön aus da. Diese ganzen Angriffsmünzen. Oh, nicht. Wir schwimmen jetzt immer noch, wie gesagt, auf normal. Ich habe ja den Schwierkeitsgrad normal, äh, nachher selbst ausgewählt. Ich habe ja vergessen auszuwählen. Deswegen habe ich den mit dem Programm ja hinzugefügt. Toll. Wäre schön, wenn es Munition gewesen wäre. Naja. Bomben gehen auch. Hier ist mein Ding. Ich hoffe, die Munition, die reicht jetzt. Für die... Hier ist jemand. Oh, nein. Alter, was schluckt der? Der hat ja fast das ganze Magazin geschluckt. Naja, das ist so eine kleine Pistole, ne? Bombe. Bombe. Ah, Schlüssel. Jetzt kann ich mir... Ach, hier. Der ist frisch. Ich gehe erst mal ab, das Maschinengewehr holen, weil... Hehehe. Wenn man schon mal holen kann. Oh, Hocke. Durch, ich hoffe es doch wieder, wie das alles ging. Ein bisschen, glaube ich zumindest. Ich glaube, ich bin nicht schnell ran unterwegs, ey. Das ganze Leiter geklettert, das riecht auf. Ja, gut. Ich glaube, ich bin voll. Da stimmt, glaube ich, Spawn jetzt. Gut. Naja, jetzt bei Headshots sind das viel... Äh, das viel schnell tut, aber das springt immer so schön weg. Dass man da... Dass man da... Oh, nee. Der schluckt aber mehr. Äh... Ich will eigentlich am Anfang das ja noch nicht benutzen. Weil das schluckt die Munition. Bombe, ja, die Bomben, aber die bringen nicht viel. Ich habe die bisher noch nie verwendet. Gut. Wir gehen jetzt erst mal wieder nach oben, da ich da noch was... Neuerpistole erst mal. Ah! Oh, 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 oh! Auf einmal, ich bin gerade... Ah! Ah! Scheiße, das hat gerade weh, weil ich gerade mit... Mit der ganzen Hand über meine Tastatur geknallt bin. Und deswegen habe ich auch eine andere Waffe ausgewählt. Wieso hackt meine... Oh, nein. Komm. Das ist jetzt nicht wahr. Ich habe... Ich wundere mich, wenn es mit meiner Maus los ist. Ich habe die gerade auseinandergenommen. Scheiße. Ich wundere mich gerade, warum konnte ich nicht richtig zielen. Ja, ich habe gerade die Maus verloren. Schreck, äh... Pfft. Die Warrat ein bisschen... Ach, du Kacke. Äh, jetzt, jetzt, jetzt geht's wieder. Ich habe, ähm... Oh, ja! Ich mache eine verbesserte Munition, wenn ich... Dann kann ich mir... Also... Ich nehme erst mal die verbesserte Munition, da habe ich mehr von. Ja, also... Die hakt... Da war halt, ähm... Jetzt fiege ich das Wort... Das Wort dafür nicht. Ich hasse sowas. Ah, nee. Da oben war, glaube ich, nichts. Stimmt. Ich erinnere mich noch. Hier kommt doch jetzt bestimmt noch einer, oder? Ah, stimmt. Hier, genau. Hier ist noch ein Kraut. Und zwar müssen, glaube ich, die Bilder genauso hängen wie diese. Das heißt, das hier... Ich muss nach oben zeigen. Ah, sehr schön. Ich lege hier meine Maus schon aus andern. Hier kommt doch jetzt einer, oder? Nee. Warum wusste ich es? Hakt die schon wieder? Nee, ich dachte gerade. Wie hat die gerade? Ah, ja. Jetzt ist, äh... Ich hab da... Sie war gerade sehr langsam. Ich hab die, ähm... Ähm... Langsamer gestellt, Alter. Ich... Ich hab gerade tatsächlich gedacht, als ich hundertmal daneben geschossen hab, was ist jetzt hier los? Sag mal, äh... Ja, und da merke ich, dass sich die Maus ein bisschen, ähm... vergewaltigt habe. Ja. So. Ich geh erstmal speichern. Hab ich irgendwas dabei, was ich nicht brauche? Naja, das brauch ich alles, ne? Speichern. Ach, Entschuldigung. Boah. So. Jetzt geht's hier wieder rein. Oh, wieder eine Treppe hoch. Ich hasse diese Treppen. Und jetzt muss ich nach unten. Da kann ich jetzt auch endlich die Gegner erschießen, weil ich jetzt Waffen habe. Ich benutze erstmal die Pistel, weil... Dann mach ich die erstmal weg. Ähm... Ich voll dapp. Ich muss hier dann hin. Kann ich so... Äh, ich hätte hier gar nicht hoch können. Jetzt kann ich übrigens hier hoch. Fahre ich nicht. Äh, äh, äh. Von hinten in den Kopf geschossen. Das ist jetzt ein bisschen fies gewesen. Aber... Nein, die greifen dann auch von hinten an. Habe ich auch in den Kopf geschossen. Okay, hier muss ich nicht hin. Schön, die, die hier laufen, sind tot. Ich brauche nämlich das Teil hier. Ach! Ich hätte gerade einen. Ich muss mal wohin. Diese abgeschlossene Tür hier, ich glaube, die beinhaltet noch was für mich. Ich glaube nämlich, dass da noch etwas Schönes drin ist. Ja, ha, 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 ha. Der Rucksack, den ich tatsächlich noch wusste, dass er da ist. Komm mal oben. Oh, ist das auch schon. So. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Oh, habe ich ganz gut was, ne? Ach so, da kann ich noch öffnen. Ne, kann ich nicht öffnen, ne? Ne. Gut. Dann gehen wir jetzt in den Aufzug, der auf der anderen Seite war. Sehr schön. Hier ist, glaube ich, aber noch Munition. Keine könnte ich noch mitnehmen, aber... Ah, brauche ich jetzt nicht. Also hier hin, weil... Ist ja jetzt. Und das kann ich dann hier reinpacken. Hier brauche ich jetzt ein Kabel. Und da weiß ich tatsächlich gerade nicht, wo ich dafür hin muss. Das habe ich jetzt noch vergessen. Hier war es auf jeden Fall nicht. Das weiß ich. Da muss es auch unten gewesen sein. Moment mal. Äh, irgendwas... 3F. War die Karte eigentlich? M, ne? Ja. Ah, ja, stimmt. Das war ganz am Anfang. Da muss ich wieder hoch. Stimmt, das war hier. Oben. Da war eine Tür, die ich aufschmerzen muss. Ja. Ach, da kommt ja, glaube ich, noch einer unserer Kumpels. Ich sage jetzt mal nicht wer, aber ihr werdet jetzt dann sehen, wer da kommt. Und zwar, ich kann schon mal so sagen, das ist wahrscheinlich, das ist ein... Das ist der... Der Bruder von Jabba Sahat. So. Oder er selbst, kann ich auch sagen. Hier sind wir ja längst gelaufen. Hier ist ja alles explodiert. Oh, oh, oh. Schön. Ah ja, und da war durchzockt. Man kann nicht sagen, dass es hier kein Luftzockt ist. Dann finden wir hier auch noch was. Schönes. Habe ich ein... Jetzt habe ich kein... Oder so, ne? Er hat schon, wer kommt. Und gegen den lege ich mich jetzt nicht an, weil ich nicht gerade so viel Munition habe. Nimmst das Kabel. Ich laufe einfach. Ich lasse den mal. Weil ich habe... Ich möchte mal... Den lasse ich immer in Ruhe, weil ich meine Munition sparen möchte. Ich brauche die noch. Und, äh... Ich habe es bisher auch noch nie geschafft, ihn zu töten. Egal, was ich auf den eingeschossen habe, das hat den gar nicht gejuckt. Ich habe so das Gefühl, dass sie den so programmiert haben, was ja gar nicht drauf ging. Warte ich dir zu. Weil, da konntest du dann nicht durch. Ach stimmt, habe ich nicht eine... Ach, ich habe gar keinen... Ah, Mann, dafür würde ich ihn niedrig finden, aber ich habe keinen. Einlegen. Nach unten, bitte. So, ich nehme jetzt mal direkt hier. Obwohl, ich gehe mal hier auf... Obwohl, ich bleibe erst mal bei der Munition. Nee, erst mal nicht. Ja, toll. Ja, hier ist einer. Zwei Schüsse mit der guten Munition. Und, das ist das jetzt noch nicht allein ernst Spiel. Einen Schuss habe ich noch. Okay. Ich wollte gerade sagen. Also, bitte. Du hast schon mit der verbesserten Munition... Ey, ich habe schon gedacht, der lebt wieder. Acht mal Pistol, Mami. Die Munition. Ich gehe jetzt auf die. Das macht keinen Sinn. Und mit der normalen Munition brauche ich gar nichts zu hantieren. Das ist mit dem... Ah! Guck mal, 70. Oh, 312. Ich glaube, das sollte reichen erst mal. Und jetzt baut sich da noch einer zusammen. Ey, das ist doch nicht dein Ernstspiel. Nein, nicht der schon wieder. Kann ich an dem bitte vorbei? Es ist eine Munitionsverschwendung. Aber ich habe ihn auch mit dem Messer getroffen. Meine Fresse. Ich will meine Munition nicht immer in diesem... Ich brauche die Munition noch. Ich brauche, wie du etwas tun hast. Ethan. Ethan? Ethan? Nicht der. Hey, shh, shh. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich werde dich nicht verhören. Ich bin nicht mehr, was du... Ich bin nicht mehr, wenn ich mich helde hätte. Was hast du gesagt? Ich bin kein Kieler, son. Nein, das ist Marguerite. Nein, mein Mann, Lucas. Was... Oder sogar Zoe hier? That girl, Evelyn. She did this. What the hell is she? What did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her. They had busted out a tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind. Your soul. You can't fight back. You are connected to her. And you can't resist the urge to... Oh, you're a... You're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen. The girl just wants a family of her own. She's the key. Alright? You find her. You stop her. Evelyn. Free my family. Please. Oh. Stay away from him. Why? He doesn't love you. I can make him love you. Don't. Don't hurt him. Silly. I told you I'm not gonna hurt. Don't you dare. So what? But... You're not my mom. Remember? Oh, man. Is it ekelhaft? Where did I get here? What? Mia. Mia, how? There's no time. You have to get out of here and find her. Here. Take this. What? Wait. Wait. What are you doing? What are you doing? Saving your life. You need to go. I won't be able to resist for much longer. No. Now go kill that little bitch. No. 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 Mia! No! W buen ituh oooouuuuuuuuuuuu! Es ist alles deine Schuld. Na. Genau. Ich bin schon wieder bei so ner langen Zeit. Schon wieder so groß das wieder alles ist hier. Was ist das? Vielen Dank. Alpha-1, this is Bravo-1. Do you read? This is Alpha-1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Repeat, zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son, Lucas, to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports he's in the abandoned mines south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. Ah, hier. Die Kamera war ja. Die werde ich halt nicht verwenden. Hat ein paar Gründe. Ich hab mir das Objekt erhalten. Ja, aber ich beende dann hier die Folge jetzt auch. Weil das echt schon lange hier ist, muss ich sagen. Beenden. Lassen wir doch einen Arm hoch da und dann... Ciao.